160, 70, 80, 200! Bereit für das Adrenalin deines Lebens? Der BMW i4 M50. Er ist nicht nur ein Auto, ihr Lieben. Er ist ein elektrifiziertes Statement der MGmbH für eure Straße. Eins wird es auf jeden Fall und zwar schnell. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Den Buchstaben M, der bekanntlich stärkste dieser Welt. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei den Emil Frey Vogel Automobilen. Der BMW i4 M50 ist ein elektrisches Hochleistungs-Core-Coupé, welches die charakteristische Agilität und Dynamik der M-Serie in die Elektromobilität überführt. Mit einer maximalen Leistung von sage und schreibe 544 PS und einem Drehmoment von 795 Newtonmeter beschleunigt er in nur, ratet mal, 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Dieses atemberaubende Tempo verdankt er den zwei BMW M eDrive Motoren, die sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse antreiben und somit für eine optimale Traktion und Fahrdynamik sorgen. Wow! Nur 160, 70, 80, 200! Oh mein Gott, 220! Doch Leistung ist nicht alles. Es geht um das Gefühl, die Emotionen hinter dem Steuer. Der BMW i4 M50 verwandelt jede Fahrt in ein Erlebnis, das dein Herz höher schlagen lässt. Das präzise Handling unterstützt durch das adaptive M-Fahrwerk Abwerk ermöglicht dir, jede Kurve mit höchster Präzision und Fahrfreude zu meistern. Der tiefsitzende Schwerpunkt und die perfekte Gewichtsverteilung lassen dich die Straße spüren, als ob du mit ihr verschmelzen würdest. Der sofort verfügbare elektrische Schub sorgt für ein atemberaubendes Fahrerlebnis, das dich jedes Mal aufs Neue fasziniert und natürlich auch elektrifiziert. Gänsehaut pur, doch trotz all dieser Emotionen, ein paar Facts dürfen hier auch nicht fehlen. Die Reichweite des BMW i4 M50 beträgt beeindruckende 415 bis 522 Kilometer, abhängig natürlich von den Fahrbedingungen. Mit seinem flachen Hochvolt-Batteriesystem und der effizienten Energienutzung bietet der i4 M50 nicht nur beeindruckende Leistung, sondern auch eine bemerkenswerte Reichweite, die ihn alltagstauglich macht. Genau da, wo diese Erlebnisse geschmiedet werden, da darf Entertainment nicht fehlen. Das iDrive 8.5 im BMW i4 M50 bietet hier eine nahtlose und intuitive Benutzererfahrung. Mit der standardmäßigen Apple CarPlay und Android Auto Kompatibilität bleiben deine Lieblings-Apps stets verfügbar. Der BMW Intelligent Personal Assistant wird mit jeder Nutzung smarter und unterstützt dich bei der Navigation und Steuerung des Fahrzeugs. Dazu kommen Remote Software Upgrades, damit der gute hier immer auf dem neuesten Stand bleibt und 5G-Konnektivität, sodass du immer auf dem aller, aller neuesten Stand der Technik bleibst. Und ja, ich mache es noch einmal, es muss ja auch schnell vorangehen. Puh, ganz schön schnell, aber wie steht es denn hierbei um einen sehr wichtigen Faktor, eure Sicherheit. Der BMW i4 M50 ist mit den neuesten Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen ausgestattet. Ich nenne es mal so, der aktive Totwinkelassistent warnt dich vor Fahrzeugen im toten Winkel durch visuelle Signale in den Außenspiegeln und Vibrationen zusätzlich im Lenkrad. Der Spurverlassenswarner hilft dir, die Spur jederzeit zu halten, indem er dich warnt, wenn du unbeabsichtigt die Spur verlässt. Außerdem sorgt die frontale Kollisionswarnung dafür, dass auch du in den Städten sicher unterwegs bist und auch deine Mitmenschen schützt. Hey Leute, wir sprechen hier mittlerweile über eine brandneue Plattform, aber ich kann euch die Angst nehmen, es ist und bleibt ein BMW. Das Interieur des BMW i4 M50 besticht durch sportliche Eleganz, genauso wie wir es gewohnt sind und hochwertigen Komfort. Die M-Sport-Sitze hier hinter mir, die bieten übrigens einen exzellenten Seitenhalt und Komfort und unterstreichen auch nochmal dieses signifikant wichtige BMW M-Feeling. Carbon-Interieurleisten mit dabei, spezifisches M-Sport-Lederlenkrad, ganz exklusiv hier mit einer freibleibenden Speiche im unteren Bereich, was dann direkt zur kleinen M-Markierung führt. Stichnähte ebenfalls in diesen begehrten Farben. Also das ganze Fahrzeug lässt im Grunde keine Wünsche mehr offen. Die Ausstattungsliste, die ist unendlich lang. Und wie das so ist, da wo schnell gefahren wird, da muss auch das ein oder andere Mal nachgeladen werden. Und dazu kommen wir genau jetzt, denn das Ladesystem des BMW i4 M50 ist ebenso fortschrittlich wie seine Leistung. Mit einem 240-Volt-Anschluss und dem flexiblen Schnellladegerät oder der optionalen BMW Wallbox, für euch zu Hause, kann der BMW i4 in weniger als neun Stunden vollständig geladen werden. Das ist doch mal was. Und an einer öffentlichen DC-Schnellladestation können in nur 10 Minuten bis zu 88 Kilometer Reichweite nachgeladen werden. Und das smarter denn je. Einfach hier rausziehen, Ladeklappe öffnen und let's go. Das war's leider auch schon wieder für heute. Denk dran, abonniere unseren Kanal und bleib immer auf dem Laufenden über die neuesten BMW-Modelle und Insider-Infos. Bis zum nächsten Mal bei Emil Frey, Vogel Automobile.